Musik Ja, ich bin der Pfarrer Bernhard Friedmann aus Burg Ebrach. Zu meiner Pfarrei gehört dann noch Schönbrunn als Pfarrei und dann noch Oberköst, Amperbach und Stappenbach. Ja, ich bin jetzt über zehn Jahre in Burg Ebrach. Ja, bei mir ist schon ziemlich lang her, das ist schon über 40 Jahre oder viel mehr oder 50 Jahre kann man schon sagen. Ja, ich war Ministrant auch und habe in Bug, wo ich herkomme, in meiner Heimat schon immer wieder vorgebetet, Prozessionen geleitet, Wallfahrten und so weiter. Und da war ich recht aktiv und Sonntagsandachten habe ich immer gehalten, jeden Sonntag. Und da bin ich so reingewachsen. War natürlich auch Ministrant, Oberministrant und dergleichen. Musik Ja, wenn ich nicht im Pfarrhaus bin, dann bin ich auf irgendeiner Baustelle. Solange ich jetzt Pfarrer in Burg Ebrach bin, baue ich angefangen von den Krippenanbauten, habe ich drei gemacht und dann die ganzen Kirchen renoviert. Und da bin ich immer auf irgendeiner Baustelle. Zurzeit habe ich auch wieder drei Baustellen. Es ist Amferbach, ist im Bau. Dann wird der Personalraum angebaut. Ich bin in Burg Ebrach an einem der Kindergärten. Ich habe ja vier Kindergärten mit 21 Gruppen und da gibt es immer wieder was zu bauen. Zwei Kindergärten davon ist es dachundicht und da bin ich immer wieder beschäftigt damit, mit den Architekten oder selber mit den Planungen. Ich schaue mich auch um in vielen Kirchen, wie die gestaltet sind und da kann ich schon mitreden und da biete ich den Architekten auch Paroli. Und die haben schon das gemerkt inzwischen, das ist nicht so einfach, wenn ein Architekt mit mir verhandelt, denen rede ich schon immer dazwischen und zeige ihnen, was auch so im kirchlichen Bereich wichtig ist und worauf man achten muss. Und da bin ich schon ein richtiger alter Hase, was das Bauen betrifft. Und ich bin auch in dem Bereich, was nachwachsende Rohstoffe oder Nachhaltigkeit betrifft. Bei mir, ich habe jetzt meine Pfarreien fast alle emissionsfrei. Das heißt, dass wir keine Emissionen mehr haben, keine Verbrennungen, sondern wir haben die Heizungen, Erdwärme und dann Luft, Wärmepumpen und dergleichen. Immer wieder was Neues und der Erzbischof, der erzählt immer wieder davon, dass man nachhaltig wirtschaften soll. Und ich sage immer, das muss man auch durchführen, nicht bloß erzählen. Und da drücke ich schon immer drauf, dass man immer irgendwelche Möglichkeiten bekommt. Und da habe ich schon einige Pilotprojekte in der Hinsicht, wo wir auch Preise bekommen haben. Und das Preisgeld haben wir dann wieder eingesetzt und haben dann Stromspeicher dafür angeschafft. Und dergleichen, wie zum Beispiel in Schönbrunn oder die Bohrungen, die wir gemacht haben in Stappenbach, wo wir dann mit Wasser eben die Energie, die Kirche, das Pfarrhaus, alles beheizen und dergleichen. Ja, das ist so mein Hobby. Mein schönstes Hobby ist immer die Gottesdienste. Momentan habe ich die Taufen, das ist mein Hobby, wenn die Kinder so schön mitmachen, einem anlächeln und dabei sind. Ja, das ist so momentan, ja, habe ich so zwei Taufen am Samstag, zwei Taufen am Sonntag und das macht mir Spaß. Ja. Ja, haltet zu eurer Kirche, steht dazu euren Glauben, gebt ihn auch weiter an die jungen Leute und vor allem bleibt katholisch. Ja, haltet zu euren Glauben, gebt ihn auch weiter an die jungen Leute und vor allem bleibt katholisch. Ja, haltet zu euren Glauben, gebt ihn auch weiter an die jungen Leute und vor allem bleibt katholisch.